Hey Leute, ich bin's Jumbo und das ist mein Freund Sally. Auf jeden Fall wollten wir ein Video über Minecraft drehen. Wir sind noch neu in YouTube, also von daher einfach so aufs Langweile, man. Ein Video über Minecraft. Wir sind zwar keine Profis, doch haben Erfahrung, wie man Diamanten umso farmt. Auf jeden Fall wollten wir ein Video drehen, wo wir farmen. Wir haben jetzt gerade neu angefangen, wir haben friedlich gemacht. Und nächstes Mal machen wir einfach oder schwer. Ja, auf jeden Fall, wenn wir klar Sachen erstmal gefarmt haben. Auf jeden Fall, ich habe so eine Tunnel hier entdeckt. Ich baue aber jetzt Baumstamm. Dann gehe ich da unten rein und ich glaube, dass da selten Sachen sind. Aber ich glaube, ich will euch jetzt nicht was vormachen. Auf jeden Fall muss ich erstmal ein bisschen Baumstamm hier sammeln. Oh, ich bin so blöd, ich hab'n gesehen. Auf jeden Fall, danach gehen wir da unten rein und gucken, was da alles so ist. Aber ich war nicht schwer, du tötest scharfe. Ich habe keine Schere. Ich habe gerade eins gehört. Wo ist eigentlich der Tag? Wo ist Scharf? Also, jetzt werden mehrere Videos rauskommen von mir und meinem Freund. Also, manchmal mache ich alleine, aber am meisten mache ich mit meinem Freund. Dieses Kanal gehört auch mir und Selim. Also, uns zusammen. Und ja. Ja. Auf jeden Fall ist der Thema, was du heute nur gemacht hast, damit den Jungs da draußen nicht langweilig ist. Ja, ähm. Ja, ich hab heute, ich hab mich, ich hab heute erstmal alleine ein bisschen gezockt. Ne? Ja. Ja. Was hast du gemacht, Alter? Hast du was gefunden? Nein. Das war sehr scheiße. Ich hab überhaupt nichts gefunden. Das war sehr schlecht. Und danach habe ich auch noch was gespeichert. Und es ist alles verlöscht worden. Lava. Ich mein, sehr ernst. Ja, das passiert mir auch. Aber ich dachte, wenn ich erstmal Diamanten zünde, muss ich schnell speichern, was ich sehr oft vergesse. Aber bei euch vergesst mir das auf jeden Fall nicht. Ob ich? Ja, ob doch. Also, mein Freund, äh, mein Cousin. Also, mein Cousin. Selim, äh, wie heißt Nummer? 13. Und ich bin 16. Also, ich bin nicht so Minecraft-Socker. Aber weil mein Cousin mich ruck, sucht er mir durch. Nicht eine Stunde, nicht zwei Stunden, sondern drei, vier Stunden maximal. Auf jeden Fall. Wir sind gut, sag ich mal. Ja. Warte, ich brauch Werte, Mann. Das ist mir der Freund. Ich geh jetzt auf jeden Fall sofort zur Sache. Ich bin so ein Typ, der sofort zur Sache geht. Was ist dir passiert? Kommst du mit nach unten oder gehst du? Was ist dir gemacht? Ja, sorry. Ich hab... Schönen dich. Selim, geh du hier. Die Wiese von mir rein. Ich geh jetzt in den Tunnel rein. So. Ich hoffe, dass da was ist. Diesen Bauchstamm lässt. Da hab ich so eine Markierung gemacht. Damit wir den Weg wieder zurückfinden. Du hast ja eine Tat gemacht. Ja. Oh ja, sorry. Okay, wir machen noch mal ein bisschen Warte. Das sieht nicht schön aus hier. Mein Versteck. Ja, wie ich gerade... Ich war hier gerade unten, aber hab ich nicht so viele Fackeln. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Ich weiß, was da war. Ich weiß, was da war. Ich schaffe das. Ja. Auf jeden Fall machen wir jetzt mal ein paar Fackeln. Damit ich hier unten nicht runken bleibe. Ja. Und ich mach mal ein. Ähm. Ich schaffe das. Und ich mach mal ein. Ich mach mal ein. Ähm. Auf jeden Fall. So. Jetzt gehen wir weiter. Oh mein Gott. Was ist los? Ich hab gerade einen Baum gefällt. Obwohl ich hier selber einen Baum gemacht habe. Ähm. Geh, dann mach mal was. Ähm. Das ist ne, aber ich wollte mal. Warum hab ich hier meinen Boden, Alter? Guck mal meinen Boden an. Was? Mein Boden ist geil. Ja. Hier war ich verraten. Ja. Hier. Hier habe ich sehr viele Kohlen entdeckt. Hier. Ist sofort einer. Entdeckt. Da. Oh mein Gott. Ja. So. Warte mal. 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 Vielleicht check. Ja. Okay. Warte mal. Wie ihr seht. Bam. Nur Kohle am Start. Also Kohle denke ich ist sehr wichtig. Weil, wenn man ganz unten ist, braucht man auf jeden Fall Kohle. Genau so Kohle machen. Auf Holz. Auf Holz, ja genau das. Mit mir schon und so weiß mein Cousin am besten Bescheid. Also ich beschäftige mich nur mit Diamant suchen und so. Und jedes Mal finde ich auch ein paar Diamanten. Ich hoffe, in diesem Video finden wir auch ein paar. Aber was ich nicht glaube, weil ich mache maximal elf, zwölf Minuten Videos, aber nicht traurig sein, denn wir werden jeden Tag Videos draus bringen, jeden Tag Let's Play Videos, klar, wenn ihr Daumen hoch macht, also auch wenn ihr nicht macht, machen wir ein paar Videos. Wir würden uns aber freuen, wenn ihr ein paar Daumen hoch gebt und abonniert, nein, Freunde. Abo, was hier? Ah, hab ich gemacht. Also, wie ihr seht, ich war auch hier unten, ich hab ein bisschen Materialcheck gemacht, boah, Junge, genug Kohle am Start, ich hab jetzt was geschafft, ey, ich nehm jetzt gleich Tiere, ich hoffe, sie finden jetzt hier unten einen Tunnel, wenn man immer nach unten grabt, findet man öfters eine Tunnel, also, hoppisch. Ich weiß nicht, ob das fertig ist. Was machst du denn? Ah, erzähl mal, was du jetzt gerade machst. Ich versuche jetzt Sachen reinzupflanzen, meistens. Ich werde jetzt gleich ein paar Schafe reinnehmen, die mir dann gehören. Und du sagst sie nicht, äh? Ah, klar, sehr gut. Das ist ein Zeichen, dass du bei Gold Diamanten bist. Ja. Warte. Na, start. Also, ich war da. Also, erstmal nach. Nach Podium. Gucken. Du musst in die Richtung. Okay, das ist ein Zeichen. Ich hoffe, da ist es. Ja, sehr gut. Sehr gut. Es liebt mich, mein Schaf. Sehr stark. Also, ich hoffe, da ist jetzt Rache am Start. Der, der schlaft auf euch. Ich glaube an mich. Komm, guck mir mal, was ist da los. Ja, komm doch. Guck mal, mein Mann. Ja, Rache, schlafen. Stell dir, es wäre besser, wenn du mit mir kommen würdest, Alter. Und dein, egal, Rache kriege ich nicht. Ich habe es noch so. Das Schafleiste, mich nicht in Ordnung. Machen wir so. Tschüss. Ah. Und jetzt. Batsch. Auf jeden Fall war es los. Ja, ich reite auf ein Pferd. Aber ich will nicht, dass du mich rausfährst. Also, wenn ich das nicht schreit, das Teil. Ah, Riesenwebe, Alter. Und Leute, ich muss euch auf jeden Fall sagen, ich habe meine Kamera leider nicht gefunden. Also, PS4 Kamera. Ich nehme gerade mit so einer Kamera auf, was seinen Qualitäten so gut ist. Egal. Man hört uns, das ist das Wichtigste. Aber trotzdem kann es sein, dass wir so leise ein bisschen sprechen, obwohl wir jetzt gerade schreien. Also, ich habe Mali gefunden. Ich hoffe, ich finde. Auf jeden Fall, nächstes Mal mit PS4 Controller. Die Qualität ist sehr stark. So, hier ist es. Zeit zu verhindern, woher ich. Okay. Und jetzt. Okay, ja, ja. Ich verstehe nicht, wie man Schafe, äh, fernstücken kann. Ich gebe dir die Sonnezeit weizen, die wollen nicht. Das Lärm wird nicht verlaufen. Na, machen wir es ganz einfach. Warte. Ich glaube, wir müssen auch packen. Kommen. Hast du keine Ahnung? Hä? Nein, keine Ahnung. Wie schon? Ich kann mir gleich eins machen, also nicht eingehen. Boah, ich habe einmal schon nichts. Guck, das klappt. Krass. Einmal. Lager. Auf jeden Fall sind deine, glaube ich, Diamanten-Serie. Ja, ja. Ich glaube an mich. Okay, die Lava-Daten waren. Guck mal, wie lange das braucht zum Grundsatz, die Lava-Daten. Was machst du daran? Ich brüge ein paar Kartoffeln. Mal zu. Du weißt doch, wir gehen, äh, nächstes Mal auf schwer oder einfach, keine Ahnung. Kann man Kartoffeln essen? Ja, Ofenkartoffeln oder normalen. Keine giftigen Lava-Daten. Ich habe eine Kuh gemolzen. Ich habe eine Kuh gemolzen. Zweifel. Ich habe eine Kuh gemolzen. Was... Stört, 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 stört. Stört, stört. Stört, stört. Lass die Kuh. Ja. Der hat jetzt Wasser... Was? Ich dachte... Was? Sehr gut, warte. Ich spinne ja doch im Wasser. Das schafft irgendwie. Ich kenne meine Rolle, ey. Sehr stark. Wie ihr seht, habe ich Red Song am Start. Ja, ja. Zeig, hier. Nein, die kann man nur mit Eisen machen, warte. Ich habe ein bisschen Eisen. Ich muss jetzt mal Eisen kaufen. Äh, was soll man leisten? Und Ina, was hast du heute gemacht? Wie gesagt, also ich habe... Ach, die Kamera. Auf jeden Fall habe ich die Pyramide geguckt, also ein Horrorfilm. Ich fand es jetzt nicht so gruselig, aber auf jeden Fall hat es mir Spaß gemacht. Fällt sich interessant an. Ja, Mann. Hat es da auch Angst? Nee, ich doch nicht. Komm, mach es mal los. Was ist das? Ich bin mal kurz hoch. Boah, das geht nicht gar nicht aus. Jetzt müssen wir Eisen kaufen, gucken wir mal, was hier oben ist, damit wir gucken. Ja, ja, ja. Eisen ist da. Kartoffeln. Wenn das nicht mehr machen wird. Das stört hier voll. Nein, Mann. Nein, ich weiß nicht mehr. Äh, was muss ich jetzt machen? Ich muss schlafen. Ich kann nicht schlafen. Ich kann nicht schlafen. Boah. Wollen wir erstmal Eisner? Eis. Wie ist es? Was machst du? Machen wir so. Jetzt kommt man an den Boden, an den Teppich. Kommen wir weiter. Kommen wir weiter. Ähm. Ich hab das alles. Ich hab das alles. Werds. Kann ich ja schon Eis ausmachen. Ich mach hier. Ich hab das alles. Werds. 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 Was sehr Schlimmes, ja? Ich weiß nicht, was da aus ist in Zukunft. Das kann man hier raus machen, ja? Ja, guck. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Feiermärz, ja. Na, da hab ich Diamanten, hab ich da sehen. Ich weiß, das ist Marat. Nein, glaub nicht. Guck mal drauf, das ist Marat. Nimm das, dann können wir gegen Dorfboden eintauschen. Wie sind das kleine Diamanten? Nein, das ist so. Also ich kann es nicht beurteilen.